Ding wie der Rasanti Ui, Tank schlechter Warum wohl? Jetzt kommt die Brücke dann Das ist das letzte Ich bin der Wetschjäger Wetschjäger War doch klar Oh, ich müsste mal mein Handy laden Moment 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 Und das in der Aufnahme Ich glaub nicht Du kannst es dir hier so gern häuslich einrichten So Kannst du mich mal eben heilen und äh, okay, Nick hat noch eins gekla... Hä, wer hat sich denn da nochmal geheilt Warum hab ich jetzt kein Medipack, weil das ist noch mein altes Das finde ich natürlich jetzt auch Du wurdest doch gerade geheilt Ja, das hab ich jetzt grad nicht mitbekommen Ich muss mal grad mein Handy laden, tut mir leid So, ich hab mir ne AK genommen jetzt Na ja, sofort Sofort, sofort, sofort Jagd gewährt mit kompakt... Komplettladung Äh, so Boah, jetzt sitz ich wieder Obwohl ich mit der ganz gut aus... kam Hier oben liegen auch noch zwei Medipack Die liegen auch noch Waffenbomben Aber... ja... Ich nehm mal das Sniper mit Ah ja, dann... Aber ich weiß nicht, ob die besser ist Als die, die du jetzt hast... Äh, welche ist denn hier? Ah, hier ist die Große, ne? Ja... Na ist gut, warte mal... Ich heil mich mal eben Ich hab mir noch die andere Waffe genommen eben Komm, ich heil mich einfach, wer soll's Ja, mach... Wir kommen ja eh nicht wieder zurück Ne... Glaub ich mach das dann bei mir auch nochmal... Komplett Heilung... Naja... Ist nicht ganz komplett Ja... Naja... Aber ist egal... Ach, hier sind Molotovs drunten noch Ja, hab ich gesehen, ich hab ne Rohrbombe Okay... Ich nehm jetzt einfach die Mal offen... Weil das kenn ich hier Ja? Hm... Soll ich? Hey, hallo! Hab schon... Warum bist du's? Wolke, wer ist da? Sie heißt Alice, Sie? Brücke! Sind Sie im Mund? Ich fühl mich fest! Brücke negativ! Sind Sie im Mund? Sind Sie in der vierten Begegnung? Klar haben wir Zombies gekillt! Wenn Sie helfen, sind Sie auf den Krieg zu vorbereiten! Warte! Ihr habt den gehört! Gehen Sie endlich über die Brücke! Ich wollte warten so lange! Nö! Bist echt so'n Affe! Ich wollte so lange warten, bis der zu Ende gequatscht hat! Komm vom Feuer! Von dem Wagen! Hm... Der hat das eh gelabert Knopf drücken! Ja und? So... Trotzdem gehört sich das, dass man erstmal warten... Nö! Klar! Auch dann wollte ich drücken! Das war mir schon fast klar! So, wer geht? Echt? Echt? Einfach laufen! Hm... Und einfach zurücklaufen! Hier nochmal kurz! Wow! So, ich komm mit! Ja, ist sinnvoller! Ich glaub du musst sowieso hier lang! Was? Oder kannst du hier lang? Ja, du kannst hier lang! Ja, du kannst hier lang! Ja, was machen ein so und beide Pappnasen hinten! Ich war schon hier grad ein bisschen durch, ne? Weißt du das eigentlich? Ja, ne? Oh, das war die richtige! Nein, dann beide noch! Nein, also! Ich geh nach unten! Ich geh nach unten! Okay, ich geh nach unten durch! Ich weiß jetzt nicht, wer womit kommt! Hier liegt meine Konten, was kommt! Was liegt denn da? Gewehre! Gewehre! Also, ne, ist uninteressant! Ne mit! Ne mit! Ne mit! Ne mit! Ne mit! Oh, Nick! Nick! Halme einer Nick bitte! Oder jetzt hält er sich jetzt eben selber! Halt er hier! Und so weit ist er denn am Dach! Ja, ja! Deswegen vorne muss ein Muddy! Das sind meine Pillen! So! Go, 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 go! Was macht Nick da oben? Was macht der Vögel da? Weiß er nicht! Bleib! Ja! Ah, der hat da rumgebackt! Ja! Der kam nicht hoch und nicht runter! Weißt du warum? Weil da ein Zombie war! Ja! Nur wegen einem Zombie spinnen die mal rum! Ja! Ist aber normal! Ouh! Das ist ja so schön! Er kann... Okay! Das ist nicht geil! Wo! 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 weiter nachladen wie sieht es aus bei dir ganz wo mich ne waffen weiß wo mich das ding ab adrenalin spritzen sind immer gut zum nachladen schnell meine pillen geklaut nein wird wieder auf den tank springen naja ich glaube du kannst du den bus entlang der vermalung also meinst du so als wir in ruhe nachladen was sind zombies sie sind so dumm wo ich trenne das ist aber auch geil hilfe hilfes hier einsteigen so meine güte lasst mich da mal vorbei hallo ich bin arzt mensch erster ich bin auch da da ist da ist